Wir sind heute hierhergekommen und wir werden so lange wiederkommen, bis jeder unserer Vermissten gefunden ist. Wie soll das denn reichen für einen ganzen Monat? Die finanziellen Mittel im Frauenbund haben auch Grenzen. Wir brauchen weder das Geld noch die Aushilfe. Wir brauchen Arbeit. Hast du nicht gesehen, wie schlecht es den Frauen geht? Ich baue mit den Frauen aus Krusche etwas Neues auf. Wir stellen zusammen Alva her. Alva machen wir am besten. Niemand kann das so gut wie wir. Sie sagen, dass Agim sich schämen würde, wenn er noch am Leben wäre. Du solltest einen Platz in der Familie kennen. Auch wenn Agim für dich tot ist. Ich bin es nicht. Glaubst du, dass sie Papa hier reingeworfen haben? Und was, wenn er doch fliehen konnte? Man läuft auch weg, wenn man vor etwas Angst hat. Außerdem schaffst du das nicht alleine. Du brauchst doch Hilfe, oder? Wie läuft's bei euch? Ja, alles gut. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Während Sie das Alva verkaufen, kümmern wir uns um den Rest. Sehr gut. Gut gemacht. Wir tun das nicht nur für dich, sondern auch für uns. Für uns alle. Wir tun das nicht nur für uns. 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 Vielen Dank.